Wie ihr sehen könnt, sind wir hier gerade am Set von Sex mit der Ex. Wir drehen hier gerade das Leben. So, ich hab sowas noch nie angehört. Frag mal Tisi, Alter, wie das funktioniert. Aber die Teile hier, die sind noch so rum dann, oder? Wie clippt man die rein? Die clippst du auch hier? Machst du das hier dran? Ich hab sogar hier Leute am Set, die mir die Schuhe geben. Wenn du mir gleich noch zu bindest, bin ich clippt. Wir schlafen hier noch eine Partie zu. Das ist so ein Schlaffchen. Tick, 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 tick. Ich wird dir ganz alles schwer. Das sieht echt aus wie meine Mutter und Brüder, Alter. Ich hoffe nicht, dass das da ist oder mir so, was er gesagt hat. Es ist schon wieder passiert. Ich wollte mich doch benehmen. Jetzt ganz eklig, ne? Ja? Wirklich? Nein, was denn? Jetzt wird komplett eskaniert. Willst du das mit der Kettensäge wirklich machen? Jetzt? Jetzt, oder? Feuer frei!